So, hier ist die Poolanlage vom Lekanuria, vom Vier-Sterne-Hotel. Und dann sehen wir hier eine riesengroße Poolanlage. Und hier geht jetzt der Weg dann auch direkt ans Meer. Also der Pool ist auch wieder vom Meer wirklich in wenigen Minuten zu erreichen. Und da vorne zeige ich euch dann gleich das Meer.